Jo Leute, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich eine neue Bricht in Fluch. Rang 4, der siebte und letzte Auftrag. Und zwar hilft dabei, Drohnen oder Munitionskissen zu durchsuchen. 50 Mal, dann bekommen wir 400 vergiftige, verfluchte Energie, sorry. Und ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an. Was ihr machen müsst, Leute, und zwar das hier eine Munitionskisse. Einfach mal öffnen. Und insgesamt 50 Stück. Oder ihr könnt auch Drohnen öffnen. Wenn ich eine finde, dann sehen wir uns einfach gleich wieder, sagen wir mal. Ja, Leute, das hier ist ein Droh. Öffnen wir mal. Wir haben gerade einen Auftrag abgeschlossen. Und zwar klettere, Sprinte, Rutsche und springen im Verlauf eines Matches. Okay, also das hier ist Rutschen. Also ihr rennt einfach und rutscht. Also die Drucktaste gedrückt halten. Sprinten könnt ihr ausruhen, eure Tasse und klettern. Einfach zweimal Springtaste drücken. In einem Match müsst ihr das Ganze machen. Also Sprinten, Rutschen und Klettern. Das Ganze in einem Match habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Leute, ich habe ganz normal Truhen geöffnet. Dann habe ich einfach so einen Auftrag abgeschlossen bekommen. Und zwar, hier eine Sekunde, erziele Kopfschüsse bei Gegner. Also das hier ist ein Gegner. Und ihr seht hier seinen Kopf. Da müsst ihr raufziehen. Einfach die ganze Zeit draufschießen. Insgesamt 20 Mal. Das geht auch bei verschiedensten Spielern. Also unterschiedliche. Und ja, Leute, dann machen wir weiter mit unserem Auftrag. Ihr seht, wir brauchen nur noch 8 Truhen oder Montionskissen. Da haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Leute, die vorletzte Truhe soll einfach mal öffnen. Und ihr seht, wir haben 49 von 50. Wir gehen hier einfach mal hoch. Wir suchen schnell eine Montionskiste oder auch eine Truhe. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hier, Leute, ihr seht es. Letzte Montionskiste. Was wir machen müssen, einfach mal besuchen. Und ihr seht, wir haben den Auftrag auch somit abgeschlossen. 50 von 50. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich in der Lobby bin. Und Leute, wenn wir hier zu diesem Battle Pass gehen, sehen wir, wir haben die beiden auch abgeschlossen. Weil wir nur, während wir Truhen geöffnet haben, es gab ein Bug. Deswegen sind auch zwei Aufträge automatisch abgeschlossen. Also, falls auch bei euch passiert, ist es einfach ein Bug von Epic Games. Und deswegen haben wir auch die hier, die beiden Level abgeschlossen. Also, wer ein Upgrade hat, bekommt das hier. Wer Kanzler bekommt, nur die hier da oben. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Das ist gelockt, die, falls kein Video mehr verpasst. Damit wir dann sagen, was ich mit dem Video. Und ciao. Halt rein, bis nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.